Ja, kommen wir zur Montage des Verlators für Ihren Spülmaschinen- bzw. Waschmaschinenanschluss. Der Schlauchanschluss wird einfach abgeschraubt und der neue Verlator auf den Hahn aufgeschraubt. Danach folgt dann wieder der Schlauchanschluss und die ganze Installation ist soweit fertig. Weitere Infos auf dampfsauger.de. Ja, das war es schon wieder, Ihr Michael Häusler. Ja, das war es schon wieder.